warum bist du heute hier deutsch polnische freundschaft aus grund der deutsch polnischen freundschaft klasse finde ich großartig solidarität zeigen sollten noch mehr kommen auf jeden fall ja also wenn ihr das seht alle herkommen was stört dich an der politik momentan in deutschland man sieht auch selber jeder einzelne wenn er einkaufen geht es wird doch alles teurer ja ja und meinst du es wird sich was ändern durch die proteste jetzt ja was aber besser als auf der couch zu setzen also man muss alles versuchen so kann man nachher sagen wir haben wenigstens probiert ja ja großartig und das ist ja auch ein schönes zeichen dass du hier mit der deutschland flagge stehst die habe ich ja vorhin schon so schön schwingen sehen können sie gleich auch mal halten wir haben in deutschland auch proteste da mit der polnischen flagge also ihr spiegelt das dann auch wenn ihr in deutschland unterwegs seid dass ihr dann auch mit der polnischen fahne da vor ort auf den bauern protesten seid da haben wir auch polnische landwirte die dann mit der polnischen fahne reden ach klasse die kommen auch rüber genau